Wenn sie unter Druck stehen, bringen sie nicht. So weit. 90 Sekunden Box-Tipp. Rein und raus bewegen. Es gibt einige Möglichkeiten, dies zu tun und es trotzdem einfach zu halten. Immer wenn ich mich auf den Gegner zu bewegen will, stoße ich mich mit meinem rechten Fuß ab und gleite mit dem vorderen Fuß nach vorne. Wenn ich mich von meinem Gegner wegbewegen will, stoße ich mich mit meinem vorderen Fuß ab und gleite mit dem hinteren Fuß nach hinten. Sie sollten sich nicht zu weit bewegen. So weit. Jetzt bin ich außer Reichweite, jetzt in Reichweite. Es gibt mehrere Möglichkeiten, diese Bewegung auszuführen. Wenn sie den Boxer verfolgen und eine weite Distanz überbrücken müssen, machen sie kleine Bewegungen und kleine Stöße wie das. Ebenso wegbewegend. Wenn sie unter Druck stehen und einen Gegenangriff durchführen möchten, sollten sie etwas breiter stehen. Sie stoßen sich vom Vorderfuß explosiv ab und kehren sofort zurück. Stoßen sie sich von ihrem hinteren Fuß ab. So sieht es am Ende aus. Beachten sie, dass der Abstand zwischen meinen Füßen ungefähr gleich bleibt. Sie können also Jab, 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 Jab oder Jab Schlag machen. Jab 1, 2. Kleine explosive Bewegungen. Nicht zu weit. Füße nicht zusammenbringen. Und springen sie nicht. Sehr einfache Bewegungen rein, raus. 90 Sekunden Box-Tipp. Wenn Ihnen das Video gefallen hat, lassen Sie uns doch ein Like da und abonnieren Sie den Kanal. Drücken Sie auch auf die Glocke, um über neue Videos von uns informiert zu werden. Auf Wiedersehen.